Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge zu One Piece Pilot Wars 4 Ich wollte gerade 3 sagen, aber es macht keinen Sinn Und weiter geht's hier bei Enis Lobby und zwar mit Alles für deine Crew, Piraten gegen CP9 Let's go, wir nehmen Ruffy Ich wollte ja mal Gear 2 sehen, deswegen spielen wir Ruffy Sie sind, er hat sich mit einem neuen Schatz zu erken. Sie sind die Zufu und die Zufu, der sich auf den Zufu hat. Sie sind die Zufu und der Zufu hat sich auf den Zufu. Sie sind die Zufu, der sich in den Zufu hat. Sie sind die Zufu und die Zufu hat sich nicht verändert. Buster Call 20年前ロビンの故郷小原がポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府はCP-9を派遣 当時のCP-9は考古学者たちを捉えただけでは満足せず 研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する その結果小原の存在は跡形もなく消え去り 幼いロビンはただ一人政府の所業に疑問を抱いた青生地によって見逃されて生き残った 私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど 私の運命があなたたちに牙を剥く私の敵は世界と その闇だから ロビンの決意は固くあくまで一味の助けを拒もうとする 増長したスパンダムは四方の塔の屋上にはためくある旗を指さす アハハハハハハハハハ あのバッジを見ろ海賊ども あのマークは四つの海とグランドラインにある百七十国以上の加盟国の結束を示すもの これが世界だ たてつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だかわかったか この女がどれほど巨大な組織に追われてきたかわかったか ロビンの敵はよくわかった そげキング あの旗撃ち抜け 了解 必殺 ファイアバードスター やりやがった 海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった 正気か貴様ら 全世界を敵に回して生きてられると思うなよ 望むところだ ロビン まだお前の口から聞いてねえ 生きたいと言え ロビン ロビン 望んではいけないことだと思ってた 誰もそれを許してはくれなかった もし本当に 少しだけ 望むよ いっていいのだ 私は 行きたい 私も一緒に おびえつれてって お前に 行くよ 必ず助け und hier haben wir auch Gear 2. Ich wusste gar nicht, dass wir das freischalten müssen, aber egal, wir können es trotzdem direkt anmachen. Da, Gear 2. Tausche ich mal mit den mit den, äh, Dings da aus und wir machen direkt los. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann mit Gear 2 ist. So. Guck mal, wie ein paar Kombos waren. Wir sind in, äh, in, ich glaube, ja so diesen Turm, wo ja wo die schön die Flagge verbrennt haben. Das war ja so das, äh, der Kriegserklärung. Verpasse Marienkommandäre und Co. eine Abreibung und rette Frankie. Gut. Hoffentlich ist Frankie noch auf unserer Seite. Aber sonst retten wir den umsonst. Formwechsel. Manche Vollkraft Bursts bewirken einen Formenwandel, wodurch sich Komboangriffe oder Spezialangriffe ändern. Außerdem haben einige Charaktere die Spezialfähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln und haben dadurch mehrere Arten von voller Kraft Burst. Ich glaube, damit meinen sie auch sowas wie Gear 3, Gear 4. Ja, und jetzt haben wir Gear 2 und sind schön pink. Oh mein Gott, und die sind so schnell, Alter. Neuer Porsche. Oh, der gefällt mir. Oh, nice. Wir haben sogar hier neue Attacken. Das ist Gear 3 in, obwohl das ist glaube ich nicht Gear 3. Das ist noch was anderes. Ich glaube, jetzt sind wir Mini-Muffi. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Alter, die Karte ist ja richtig kompliziert. Ich komme mir überhaupt nicht klar mit der Karte. Sollen wir hoch? Eki und Jabura tauchen Ah, genau. Äh, Eki und Jabura hießen die. Ja, da zeigt's mir noch den Weg, das ist toll, weil sonst wäre ich ein bisschen lost hier. Ich habe keine Cola mehr. Frankie, ich besorg dir Echel. Keine Sorge. Ey, ich weiß noch, im Silvester habe ich mich vollgesoffen mit Cola. Okay, aber das interessiert jetzt keiner. Ähm, so, schnell dorthin. Ich freue mich, wenn wir die Cutscenes dazu sehen. Mit dieser geilen Grafik. Gear 2. Äh, go, manau, manau. Jetpistole, hier. Ah, nice. Ach so, das. Okay. Das ist noch nichts Neues, aber nein. Können wir es trotzdem benutzen? Komm, Spiel, ich will noch die eine Fähigkeit da ausprobieren. Scheiße, jetzt habe ich kein Gear 2 mal. Komm, Eki, du bist doch gleich weg. Du wirst in die Ecke geleitet. Haha, der wird zwar gut. So, jetzt. Jetzt werde ich die Attacke mal sehen. Oh, das ist geil. Geische. Halt. När es sind so. dabei ist originated Dann, das irgendwas Geische richtig Ecke 여러분 Eber 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 Am Wie nice sah das denn aus, da hat jetzt Zoro seine neue Attacke, und zwar Asura Ichibin. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall mega geil, auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, wenn der da vier verschiedene Köpfe hat, äh, vier verschiedene, vier Köpfe, und da ist Yabura. Machen wir ihn auch platt. Oh, jetzt sind wir wieder mini Ruffy. Und schön auf den Boden knallen. Und jetzt schön in der Luft, jawohl, hier. Ja, hast keine Chance. Gut, Sanji hat den Kampf aufgenommen. Und jetzt macht er wieder hier, sein, sein komischen Zeug hier. Äh, Formel 6 heißt das, ja. Fertil saber. Flirt Angel Flirt Angel Der Jumbo! Der Jumbo! Frammer! Schott! Der Jumbo ist ein Foto und der Afeuern hat sich zu tun. Ich bin ein wenig kalt. Und da hat Sanji auch seine Fähigkeit, und zwar Diablo, Jumbo, Chot, äh, oh, nichts Falsches sagen, Chot, Fire, okay, nein. Gut, wo müssen wir denn hin? Das möchte ich bitte wissen, denn ich bin mega verwirrt. Ah, da hinten, gut, einmal hier außen rum, lang, und da, in den Keller, uh, in den dunklen Keller. Verpasst du nach hinten, komm, äh, ja, geil, ich kann erstmal nichts machen, ich bin wie ein Minilu, Ruffy. Hi, Jungs, oh, im richtigen Moment, wieder groß geboren. Ah, schön, bisschen aufgeräumt, ja, gut, dringen wir weiter vor. Wir müssen noch einen fertig machen, und zwar, das ist Lucy. Ich komme. Luki wird da eigentlich genannt, aber ich nenne ihn immer Lucy. Ist der denn besser? Wo ist er? Ich mach dich fertig. Hey, Jungs, mach dich, mach dich, hör 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 dich. Oh nein, Spandam will jetzt den Buster-Core machen. Oh oh, Spandam löst außersehen einen Buster-Core aus. Das wird schlimm ausgehen. Das Marinenverkehr bereitet die in... Spandam löst den Buster-Core-Core-Core-Core-Core-Core. 2 capacities mit einer Bahi focus auf der Buster-Core. Ein Kn�nenk vibrating entkampf gegen luke oder luci du hast keine chance auch wenn du dein leoparden raus holt schön das regal weggeballert robin ist aufgetaucht und transportiert marienkommandant marienkommandant beginnt robin zu den torren der gerechtigkeit zu bringen ok wir müssen uns beeilen vier minuten haben wir zeit um luci hier eine abreibung zu schieben und robin zu retten das kampfschiff von mariensoldaten ist aufgetaucht das gebiet des justiztums ja keine ahnung was da passiert ich sehe luci nicht mehr der macht mich fertig ich kann nicht mal die kamera drehen das ist so nervig hallo ich will die kamera drehen danke weiter auf und das nächste regal weggeballert kina 2 kina 2 Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Ich gehe! Was hast du denn? Was ist denn? Ich gehe, Leise! Was ist das, Mann, wenn ich da bin? Ich gehe nicht wahr. Ich habe dich nicht gesehen, was ich zum Beispiel in den Augen gekommen! Geh, oi! Schimpi-9-Boss! Ich werde dich mit mir spielen! Es geht los! Oh, blabber. Ich werde dich verlettern! Ich werde dich verlettern! Verlettern! Das ist ¡zuhl für dich! Ich werde das nicht tun! Ich werde das nicht tun! Ich werde das nicht tun! Dann bin ich auf einmal! Das ist ein Schmuck! Das ist ein Schmuck! Du kannst du nicht sterben! Das ist ein Schmuck! Oh ja, wie nice war das denn? Lissop ist zurückgekehrt, also er war ja die ganze Zeit da. Er war so gekinnt und jetzt hat er uns motiviert, weiterzumachen. Oh nein, ich drücke jedes Mal diese Taste. Oh nein. Gut, machen wir ihn fertig, wenn wir erstmal klein sind. Nee, nee. Komm schon, Waffi. Na komm, mach ihn jetzt fertig. Jetzt geh nicht weiter runter. Vergehen nur noch drei Minuten. Haha, ich muss ihn beeilen. Aber er ist gleich tot. Oder gleich besiegt. Weil er lebt ja immer noch weiter. GOMU GOMU NO! Deckay! Get up! Gatlinger! Das war's. Das war's. Das war's. Da haben wir ihn beseitigt und jetzt sollten wir ihn lieber schnell flüchten, also schnell weg hier. Und die Karte, Alter, wie kompliziert die aussieht. Hilfe. Aber das ist der Buster Call. Geht zur Säulebrücke des Zögerns. Vereinen wir uns. Ist eine Menge los. Wir müssen durch die Marienschiffe. Warum hat Spandam aus Versehen den Buster Call gerufen? Obwohl ich nicht glaube, dass er das auszusehen gemacht hat. Diese Dumpfbacke. Den werde ich heim zahlen. Ja, so geht das. Bam. Gut, schön hier auch. Na, weg hier. So, ich helfe mal die beiden. Ich glaube, wir sind dann nicht die Einzigen, die hier sein müssen. Dann helfe ich die. Und wir müssen das wahrscheinlich auch einnehmen, oder? Ne, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Ist geschützt. Das direkte Bomberdemenz auf Strohpiraten beginnt. Oh Gott. Verstärkung für Marienschiffe. Da sind aufgetaucht. Oh nein. Okay, die müssen wir jetzt alle besiegen. Wird ja nicht schwer. Hoffe ich mal. Komm. Kommt schon, Leute. Alter, warum stehen hier so viele, Alter? Ja. Das ist echt eine Menge. Aber das ist auch ein Warriors-Game. Ist ja klar. Diese Attack ist immer noch so cool. Oder die hier. Ist auch mega nice. Okay, nur noch einen da beseitigen. So, weg hier. Okay, wir haben es geschafft. Robin erfolgreich gerettet. Ja, boi. Sieg. So. Ja, leider nur Aran. Aber man kann es trotzdem mitnehmen. Hier. Oh, schon bin ich ja auf Level 4. Also mehr Münzen für uns. Ja, das Outfit Soge Kinge für Lissop kann jetzt ausgewickelt werden. Goying-Merry-Goy Goying-Merry-Merry-Merry Goying-Merry-Merry-Merry-Merry-Merry Goying-Merry-Merry-Merry Goying-Merry Goying-Merry-Merry